Hallo, ich bin Robin. Ich komme aus China. Im November 2021 habe ich bei Kraftanlagen als Konstrukturen angefangen. Ich habe mich für Kraftanlagen entschieden, weil die wahnsinnige Unternehmenskultur mich sehr überzeugt hat und mir gefallen die Aufgaben im Job sehr. Ich unterstütze derzeit Datencenterprojekte im Bereich 3D-Modellierung. Bewege mit uns die Welt, wir freuen uns auf dich. Wir sehen uns beim nächsten Mal.